Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tap Tap Infinity. Diesmal ein wenig länger gewartet, da ich zwischendurch etwas krank geworden bin und jetzt geht es aber weiter. Gucken wir mal, wie lange wir in der Zeit ordentlich was dazu bekommen haben. Das muss mega viel sein. Plus 34, 122k, 4 Levels, 1 Rank. Great. Oh, neuen Patch, updated. Super Boss Game, okay. Na gut, da sind wir ja noch nicht. Alles klar, so, äh, die schaffen wir nicht, ist klar. Nochmal 159 erstmal. So. Wir haben ordentlich Gold dazu bekommen, das bedeutet, wir können mal hochscrollen. Und können Jumpy erstmal wieder ein paar Level gönnen. Ja, machen wir mal ruhig immer diese 10er Schritte. 10, 10, 10. Wunderbar, und jetzt können wir auch 160 schaffen. Haha, wunderbar, guck mal an. Derzeit machen wir mal Toad höher. Und haben wir auch auf 1000. Wunderbar, und schon geht es schnell. Ihr seht es. Wunderbar. So kommen wir gut durch, so können wir weitermachen. Gucken, ob wir unser Max-Level diesmal schaffen. Gründe genommen, sollte uns da ja nichts im Weg stehen. Wir haben genug Tokens wieder. Was war unser höchstes Level nochmal? Ich gucke. 179. Ja, haben wir ja bald. Gar nicht so schlecht. So. So. Oh, ein Geschenk gleich. Super. So, was nehmen wir denn? Welches nehmen wir denn? Hmm, ich nehme das da. Gold. Naja, gut. Und ein Valor Point haben wir bekommen. Habe ich eben nicht gesehen welchen. Wir können nochmal zugucken. Ah, Meister Sys. Wie viel haben wir da? Sliss. Genau. Nicht Sys, Sliss. Master Sliss. Super. Machen wir da auch schon mal einen Punkt. Wir haben auf jeden Fall bald überall ein Valor Point. Und, äh... Wird, wird, würde ich sagen, ne? So. Chumpy ist auf 1000. Toad ist auf 1000. Der nächste wäre dann Tomo. Gucken wir mal, was der so kostet. Würden wir sogar schaffen auf 1000. Aber wir kommen ja momentan noch gut durch. Also, warum? Ah ja, wir kommen gut durch, weil wir auf 166 die ganze Zeit sind. Kein Wunder. Gut. Ja, und dadurch, dass ich halt krank war, konnte ich nichts aufnehmen. Ich habe mich auch nicht wirklich in der Lage gefühlt, hochzuladen. Aber jetzt geht es ja weiter. Es wird wieder aufgenommen. Kräftig. Und es wird wieder regelmäßig was kommen. Keine Sorge. Ja, ich bin halt im Endeffekt auch nur ein Mensch, der dann halt auch ab und zu mal krank wird, ne? Aber ich betreibe ja jetzt meinen YouTube-Kanal schon über zwei Jahre. Zwei? Ne, einen, ne? Es ist peinlich gerade, dass ich selber nicht weiß. Ich glaube, ein und ein halbes oder so. Und in der Zeit war ich noch nicht einmal krank, außer jetzt. Oh, plus zwei, plus zwei, plus zwei, plus drei. Oh, schon wieder eine Box. Nice. Da. Ja, sieben Infinity Tokens. Nice. 51 haben wir jetzt. Schön. So läuft das. Gut, dann würde ich sagen, Tomo auf Level 1000. Wusch. Richtiger Boost haben wir wieder dazugekommen. Hahaha. So gefällt mir das, Leute. So gefällt mir das. 179 waren wir, ne? Also haben wir bald geschafft. Oh, viele Tokens und ein Valor Point. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und ein Valor Point. Ha, so muss es laufen, Leute. So muss es laufen. Natürlich gehen jetzt auch demnächst die anderen Projekte weiter. Da muss ich aber jetzt auch erstmal wieder aufnehmen. Das wird sich jetzt noch ein bisschen hinziehen. Ich habe ja immer sonst was auf Vorrat gehabt. Ha, schon wieder sieben. Yes. Aber, äh, das zieht sich jetzt halt ein bisschen. Deswegen kommt erstmal noch ein bisschen weniger, aber das kommt dann noch. Keine Sorge. 180. Wir haben es geschafft. Max Level, äh, überboten. Plus ein. Vielleicht schaffen wir ja ja 200. Weil dann können wir, äh, mal gucken. Weil ab 200 gab es ja nochmal irgendwas Besonderes. Ich lasse mich mal überraschen. Ich hatte das mal gelesen, aber bis dahin schon längst wieder vergessen. Aber, ich lasse mich mal überraschen. Vielleicht kommt ja was Grandioses für 200. Mal gucken. So. Kommen wir noch gut durch, ohne dass wir Sparks aufleveln müssen. Aber ein paar Level Sparks können wir uns ruhig holen, oder? Ich überlege gerade. Kriegen wir auch noch super hin, Master Mild. Aber wir kaufen jetzt einfach mal ein paar Level Sparks. Mal auf 800, sagen wir mal. Erstmal. So. Gut. Ja. Ich weiß nämlich nicht, ob wir Sparks auf... Ne, seht ihr? Können wir nämlich nicht kaufen. Es fehlt uns einfach viel zu viel Gold dafür. Aber was wir machen können, ist, hier ein 25er Schritt zu kaufen. Dass er dann nochmal ein bisschen stärker wird. Wunderbar. So funktioniert das. Oh, gleich haben wir Level 190. Wunderbar. Noch 10 Level. Ich denke mal, vielleicht kriegen wir das noch in dieser Folge hin. Oh, jetzt habe ich geklickt. Jetzt ist der, äh, Idle weg. Bonus weg. Aber der kommt ja gleich wieder. Und der ist auch eh schon wieder da. Also das geht hier recht schnell. Gucken wir mal, was wir hier von denen bekommen. Ja, viele Tokens. Schön. 4, 5, 6, 8 Stück haben wir bekommen. Also die nächste Ascension, also Neuanfang, starten wir richtig gut. So. Sparks, was können wir uns da holen für Level? 9. Ja, holen wir mal. Oh, 195 haben wir gleich. So. Bloodkits, genau, 195. Und 200. Ich bin so gespannt gleich. Also wir werden es ja auf jeden Fall sehen, was für ein Boss kommt. Das wird wahrscheinlich wieder der Anfang sein. Aber, ich bin immer gespannt, was es dann droppt, wenn wir den schaffen. Okay. 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 So, äh, 16 Level braucht der Sparks noch, bis er auf die 1000 kommt, also es dauert noch ein bisschen. Ich habe die Befürchtung, dass wir 200 nicht schaffen werden, sondern erst in der nächsten Folge. Ich bin mir da jetzt noch nicht 100% sicher, aber ich kann es mir gut vorstellen. Deswegen, ich gucke gleich mal. Vielleicht schaffen wir es aber doch gerade so. Das ist immer so Haaresbreite, ne? Müssen wir mal gucken. So, 199, die letzten 9, bis wir den Gegner 200 sehen und eventuell ihn auch besiegen. Das kann ich aber nicht garantieren. Das sieht sehr langsam aus, also es könnte Probleme geben. Mal sehen. So, schaffen wir locker den 200er. Ja, was, was sage ich denn dazu? Das ist cool. Dann gucken wir mal gleich, was er droppt und was es da neu gibt. Oder vielleicht auch gar nichts. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur geirrt. Aber ich glaube nicht. Ich bin ja mal gespannt. Ah, grow hero, you must grow much if you are to defeat the blight that sends the monsters. We guards will help us, the tokens of infinity, to make up strong again. Komm now, show me you, äh, how your strength, also strength, has grown to face the darkness. Ach, den muss ich besiegen. Ah, das schaffe ich gerade so. Das kriegen wir noch mit. Coco Mama ist das. Cool. Ja, super. Kriegen wir gerade so noch hin. So muss das laufen. Schön. Schön. Wunderbar. Oh, da habe ich was gedroppt bekommen. Ist, das ist die Währung, ne, hier. Wonderful, progress hero, collect more games, so that we can soul link, together we face the darkness. Ähm, was ist das? CMDR tabs, oh, no, this looks really special. An infinity game. Infinity games are reward, be, eat, äh, beating the guardians or by beating a super boss. Every 500 levels. Äh, sag ich ja, äh, die ersten super bosses kommen ab Level 500, dann glaube ich 1000, 1500, 2000 und so weiter. Mhm, okay. Ja. Ja, genau, im Shop, genau, das zeige ich euch gleich. So, da fängt er dann halt wieder von vorne an, in der Zeit kann ich euch das zeigen. Ich habe einen Gem bekommen. Und man kann sich halt hier, äh, entweder für, äh, da 20 Gem holen für 1,99, was jeder selber wissen muss. Man kann halt, äh, 10 Infinity Tokens für 5 Dinger holen. Wir haben aber einen, also es bringt einfach gar nichts. Dann können wir uns Boost holen, Power Reset, wo wir uns halt, ähm, das hier bekommen würden. Und, äh, einfach ein Reset machen und, äh, hier trotzdem weitermachen. Warp. Da kriegen wir Geld, genau. Und, ne Quatsch, das ist das mit dem, was ich erklärt habe. Und das, was war das? Äh. Also, da kannst du die Upgrades und die, äh, Power des Spells zurücksetzen. Was ist das hier? Soul Link? Ach, das ist das, was die ja gesagt hat. Mrs. Claus Valentina Coco Mama. Unlinked. Ah, wie cool, dass was Neues hinzugekommen im Endeffekt. Mystery Gifts Double. The Gift Multiplayer 2, Schräg, 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 Schräg. 6 Mal. Was hat die? Give a small chance for all bosses to drop Infinity Game. When defeated the first time reaches. Okay, und was ist das Speed? Level faster. Also, die Levels, ja, die, ne. Oder was meinen sie damit? Ah. Da. Ein weniger. Für Coco Mama. Kosten halt 20. Okay, dann wissen wir ja, auf was wir hinsparen, ne? Gut, Mr. Schrappi schaffen wir nicht. Das ist mir schon bewusst geworden. Hier können wir auch keinen mehr upgraden. Ich würde sagen, ich beende die Folge. Das war eine gelungene Folge. Ich möchte noch einmal einen Tag idlen lassen, dass wir eventuell nochmal bis 205 oder sogar 10 kommen. Nochmal ein paar Tokens einstreichen. Und dann machen wir wieder einen Neuanfang. Ja, das hat sich doch mega gelohnt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.